Sie sieht ein Wäscheschrank, da sind viele Griffe dran. Sie zieht sich hoch mit aller Kraft, jetzt noch ein Stück, sie hat's geschafft. Sie steht und freut sich doch wie so, Bums sitze wieder auf dem Trog. Ne sowas, ne sowas, Sabine ist doch klein, ne sowas, ne sowas, sie müssen...